Hotel zur Rutsch... Äh, bin ich da bei der Rezeption? Ja, jetzt bist du bei der Rezeption. Wir wollen in den Urlaub fahren und wir suchen eine Unterkunftmöglichkeit für den Opa. Und wie lange wollt ihr in den Urlaub fahren? Zwei Wochen. Ich hab eure Anzeige gelesen in der Zeitung. Auch ältere Herren will kommen. Ihr könnt kommen so oft ihr wollt. Sind denn deine Eltern in der Nähe? Nee, ich kümmere mich drum. Ähm, weißt du, wo wir hier sind gerade, wo du angerufen hast? Nee, du weißt, das ist ein Hotel, denkst du? Das ist ein Hotel. Steht ja auch da. Ja, das stimmt, das steht da. Stundenhotel. Genau, Stundenhotel heißt, Nils, dass man pro Stunde bezahlen muss, weil man unser Hotel eigentlich nicht so 24 Stunden lang durchnutzt. Bei euch bei der Anzeige war ja noch die hübsche Frau, die hat dem Opa auch gefallen.